Komm, Alter, die werde ich doch wohl noch kriegen, ja. So, ich verballer jetzt einfach mal wieder ganz hin, ja. Ein anderer noch. Geht doch. Mein letzter Schuss, jetzt ist mir jetzt ein Verballer. Puts. Der hat gesessen, der Schuss. Komm, jetzt soll ich den Ding hier ab. Ich kann dem Auto den Reifen abschießen. Der letzte Schuss ging so daneben. So, ein Magazin noch und dann haben wir noch die letzte Knappe. So, ich werde auch nur noch alle Schüsse abgeben, Mann. So soll nichts anfangen. Soll ich jetzt hier keine Feine mehr umkusseln. Soll ich da hin? Soll ich jetzt? Soll ich jetzt. letzte Mal. Wer? Was? Ich hab... Was? Was ist das? Was ist das so? Nein, ich hab das Level fertig. Cool. Strongpoint. Jetzt verzog dich für mich sowas von unbekannt. Ach, du Scheiße. Geil, so weit war ich noch nie. So weit war ich noch nie. Scha-la-la-la-la. So weit war ich ja noch nie. Scha-la-la-la-la. Und der hat sich aufgehängt. Und ich... möchte mich hier auch schon wieder verabschieden. Ja, ihr habt jetzt gesehen, wie ich das dritte Level geschafft habe. Endlich nach knapp einer Woche. Ähm... Landet die Videos jetzt hier hoch und dann werdet ihr sie sehen und dann freue ich mich, danach wieder mit euch spielen zu dürfen. Bis dann, Nachbarn. Macht's euch... Macht's gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau.